Dann könnt ihr loslegen. Am kommenden Samstag feiern wir Premiere mit Hier kommen wir nicht lebendig raus, Versuch einer Heldin und Und die Heldin, die sitzt hier neben mir, unsere Darstellerin, der Heldin, um die geht das ganze Stück. Sie will nämlich aus ihrer bürgerlichen Welt, die sie von ihrer Mutter aufgetropft bekommen hat, ausbrechen. Und deswegen zieht sie los in die große Welt und versucht ihr Glück. Sie versucht ihr Glück, sie sucht ihr Glück, sie versucht die Welt zu verändern, sie sucht einen Platz in der Welt, versucht glücklich zu werden. Ja und ob ihr das am Ende gelingt, das könnt ihr selber sehen. Ich dachte wir machen das jetzt ganz kurz, oder? Ja, ja, ist super so. Das ist genau die Länge, das waren jetzt so 50. Das ist genau die Länge, 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 das ist genau die Länge. Untertitelung des ZDF, 2020